Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, äh, Random-Shit-Spiel. Jo. Aber, Alliance, äh, Valiant Arms oder so. Alliance Valiant Arms, ja. Da steht aber noch Alliance of Valiant Arms, das kann man noch nicht so gut lesen. Da ist ein Off, Alter. Ja, oben links. Jetzt mal auf den Namen gucken. Ja, wo ist da ein Off? Neben dem Alliance. Das ist eine super kleine. Ah, da. Ja, da war grad das Face von meinem Krieger drin. Das ist, äh, der erste Shooter in dem, in dem, in dem Shitgebimps. Mhm. Ähm, ja, dann gucken wir mal. Der zweite quasi. Der zweite? Ihr habt doch mit, 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 mit Peters auf Team Fortress 2 gespielt. Ja gut, aber das war ja noch vor der Zeit, wo wir das Spiel haben. Ja, last mal direkt in den ersten, äh, Raum Chocolate Drop. Mit 10, 16 Spieler, oder? Ja, in den ersten Raum, welche Raumnummer hat der denn? 286. 3, 8, 6 hab ich nicht. Warte. Aber ich kann mal aktualisieren. Ich will mal länger hier aktualisiert. Nee, hab ich nicht. Ich geh mal am besten auf verfügbare Räume. Achso. Ja, kein Sinn. Und jetzt nochmal, 386. 286 im Mongo. 286, ja, das hab ich. Chocolate Drop. Ja, ja, Chocolate Drop. Ja, gehen wir rein? Gut, gehen wir rein. Ja, gehen wir rein. Start. Start. Start? Start, Start. Ah, da. Spiel beginnt in 3, 2, 1... Ah, da. Verbinden zum Spiel. Oh, weil das gerade explodiert ist. Äh, weil wir verloren haben. Ja, das ist halt echt so. Das hat uns mega knapp, Alter. Ich bin nämlich um... So, ey, wir sind mitten im Spiel, könnte man sagen. Und die Grand Drops sind auch noch ganz wenig, oder? So. Sag mir doch mal... Was? Ja. Ich... Ich hab die Karten, nicht vielleicht. Ja, was du so machen. Sind wir überhaupt in einem Team mehr? Ja. Ich renne hier, glaube ich, gerade hinterher. Panzer angehalten. Eskortiere Panzer. Okay, wir müssen anscheinend... ... müssen wir einen Panzer eskortieren. Ah, ups. Was hatte ich da überhaupt für ne Waffe, wenn man fragen hat? Keiner, oder? Leider? Boah, ja. Die Schussgeräusche sind... ... anfangs noch viel zu hart. Ich kann nicht, äh, Dingsi machen, oder was? Was kannst du? Ich kann nicht nachfahren. Ja klar, mit R. Äh, das war ein... Ich meinte, ich kann nicht... Klasse. Was? Na, kämpft er dich dahin, der erste Bastard. Ja, das hätte ich können. Kannst du ja auch mit F3-Taste wechseln, ja. Mach doch. Mach doch mal. Mach doch mal. Was ist das denn jetzt hier? Aber... Ich denke, ich muss doch vorher erst mal sterben, oder so. Ich hab wieder keine Ahnung, was für Gegner und was hier... ... was hier... Halt, töte ihn noch. Das steht da an der Wand. Da läuft niemand frei. Oh. Oh. Oh mein Gott, leih. Ich das voll nicht gekraft hab. Okay. Ich muss in fairer Weise sagen, äh... ... dass ich auch nicht so... Ah, jetzt kommt hier zu. Dass ich nicht so der über... ... krasse... ... Shooter-Mensch bin, ne? Also... ... wer mich hier failen sieht... Oh, jetzt haben die jetzt die Klasse gewinnt. Ich verstehe. Oh, leck. Wow, what the fuck. Der lag einfach. Gegnert's? Da unten bist du. Das ist keine Muni mehr, ne? Wo sind die Gegner denn? Ich bin ein bisschen torschiger. Na, okay. Also, das ist... Oh, der spielt jetzt einfach viel zu laut. Warte, fuck. Ich hab das schon leise gedreht, ja? Da steht nur noch auf 10 oder so. Das ist einfach viel zu laut. Ja, ich hab 10,5 Kills. Ja, das ist 10,5 Kills. Das ist 10,5 Kills. Weil ich ne KDA von 10 Kills bin. Hast du das schon drauf eingerechnet? Das wär echt krass. Ne KDA von 5. Naja. Vielleicht musst du ja direkt voll der Gott in den Spiel. Leider nehmen wir durch die Gegend ballern, Alter. Wo ist denn hier ein guter Sniper? Ich hab irgendwie noch keinen gefunden. Wo bist du eigentlich? Klar, um schnell auf einen dieser Random-Batterin. Ich weiß nicht, was ich mache. Panzer beschädigt. Ich glaub doch, hat du... Also, anscheinend ist unsere Aufgabe erstmal den Panzer hier zu... Äh... Na, da bist du. Zu... Oh, mein Gott. Zu, ähm... Zu, ähm... Ich krieg dir manchmal die Klasse wechseln. Weil du hast keinen Guter Schadfschütze gegeben. Wir haben eine Fläse. Okay. Vielleicht ist das was besser. Wie, wie reparieren alle? Ja. Gute Frage. Alter, what the fuck? Ich krieg zumindest Assister-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair-Fair. Ich verstehe, um ehrlich zu sein, die, die tappen möchtest du nicht. Ja, keine Ahnung, Alter. Ich finde dann ein Steintrechschützer. Das ist... Das ist... Das ist... Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel sah in den Windelbildschirm cooler aus. Von Wunder, Alter. Alter, what the fuck? Okay. Kann ich um die Ecke noch mal rein? Das ist gut. Nicht cool. Nicht cool ist das. Nicht cool. Wo, wo steht der Mascher, wo... Ach so, oben steht, wie weit der Panzer schon ist, oder? Anscheinend reinfahren später müssen wir laufen. Alter. What the fuck? Ich weiß, warum bin ich denn hier jetzt mal geschossen? Was? Dann probieren wir mal zu tun. Snipern ist eigentlich immer... Also entweder ich brauche eine Schrotflinte, oder... Snipern. Da es anscheinend keine Schrotflinte für Nubis gibt. Ja. Ach mein Gott, wer steht denn da vor mir? Ist denn nicht was? Ich bin tot. War tot. Oh, du bist... Oh, du bist... Oh, du bist... Oh, du bist... Tja. Glücklich war da. Ah, Snap. Oh, Mama. Da hab ich reingekämpft. Ja, aber das war zumindest schon mal da, ja. Ich glaub ich stehe 7, 8. Zumindest hab ich 7 Punkte und 8 Tote oder so. Und 2,4, weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, Alter. So random. Au, Alter, wann wo denn? Ah, da ist noch mal das Problem. Ah, da war ein 2. Ja, keine Ahnung. Ich hab das 1, wirklich. Boot, aber... Ah, das ist ein Punkt, Alter. Oh, kein Punkt. Aua. Was, was, was. Irgendwie stehen wir gerade ganz gut. Ja, irgendwann muss ein bisschen Panzer reparieren. Klar, wie das geht. Haha, gut, ne? Es gibt aber auch keine vernünftigen Sniper-Spots auf der Map. Was, was. Keine Ahnung, Alter. Oder Ach, bek. Wie kam es genug. Ah, weg. Ah, weg. Wie, der Korinzer hat. Na ja, ich bin halt echt kein toller... Kein toller... den ich spiele. Ich glaube, der Waze links hat man gleich weiter so ein bisschen am leer. Oh ja, sehr froh, Juno. Team Commandant. Was ist denn, Schütz aus? Kann jetzt mal bitte da einer den Dingsyreferieren geben? Wenn du mir sagst, was du dafür machen musst, dann ja. Also wahrscheinlich darf er irgendwo da dran stellen und dann gehen wir, oder nicht? Ja, mach du das mal, Alter. Ja, keine Ahnung, vielleicht wenn er so nach rankommt. Wow, und was ist das gerade für ein Geräusch? Ach, wir haben eine Drohne. Nice. Achso, deswegen gehen wir die Gegend. Ja. Das war's aber schon mit der Drohne. Ach, scheiß doch, der Wammel. Ja, ich geh wieder. Ja, was, wie, wie repariert man den denn? Das ist halt jetzt echt so... Das ist von der Arbeit, Alter. Wir haben den, das Trollen... Ja, das Trollen nämlich angefangen zu spielen. Wir müssen auch jedes Mal wieder auf das Neue reinsteigen. Ja, wer braucht das Trollen? Ja. 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 Ich hab' ne Ahne, Alter. Na, jetzt steht der Panzer auf jeden Fall wieder am Anfang, oder was? Wie lange geht denn diese Runde, oder? Keine Ahnung, er guckt ja unser Panzer oben, er steht einfach wieder am Anfang. Ne, Moment, jetzt fährt der Gegner Panzer. Ja. Ja. Ich steh. Der Gegner reicht die Panzer. Ich werde jetzt halt. Und wie macht mir das Ding kaputt? Ja, aufschiehst du? Ja, nicht so erfahren, dass das eigentlich... Hanf da mit der normalen Waffe drauf ist. Das ist ja ziemlich dumm ein Ding, ne? Ja. Hast du nicht irgendjemanden... komm, komm, ich bin mal ab. Okay, hab' ich mir das was. Mein Acker. Hohoho. Dann kommt der Panzer aber schon um die Ecke, doch. Geht's mal weiter Marsch. Okay, aber der Modus ist an sich, find' ich eigentlich ganz cool so. Ja Das mit dem Panzer soll ich noch nachschieben? Problem ist, ich weiß nicht wie man dem Panzer auffällt Aber muss wahrscheinlich irgendeine bestimmte Klasse aussehen, sodass die Türken drin Ich bin jetzt einfach Infanterist Hab ich hier irgendwas dran aus? Da sitzt einer drinnen in dem Panzer, vielleicht muss man den noch abschießen Verstöre mit einer Aprik 7, wahrscheinlich schlägt die hier irgendwo, oder? Das kann auch gut sein, ja Ach so, hier oben lag einer, oder was? Ah, in der Box, oh Gott Ja, da fehlt auch ein Pfeilchen für den D&D Ja, okay, jetzt ist er auf jeden Fall gerade aus, weil er fängt Ja, ich wollte ihn auch fängt Oh Gott, wenn die Leute sich das nicht immer Infanter vorstellen würden, ja? Oh Gott, wenn die Leute sich das nicht immer Infanter vorstellen würden, ja? Ah, scheiß doch der Hund Scheiß doch der Hund ins... Ja, ich bin besser bei uns Das ist... Ich bin ja... Schlecht So wie immer, halt, in solchen Stimmen So wie immer, halt, in solchen Stimmen Hä? What the fuck? Womit ich denn hier was kommt, wo man fängt? Ach, stell jetzt Okay, so, dass so vier Feinde auf einmal ist, dachte ich so meins Nicht Ne Ah, jetzt bin ich noch zweit, bis der GG Ei, I need my first place, Biatch Das ist ein Boxe Ja, warum waren wir jetzt hier hinten, ne? Naja, keine Ahnung, das hat mich da auch noch ein bisschen verwirrt Ach, komm ey, da hat doch direkt schon einer drauf gewartet und wieder hinten noch unbekämmt Huh, ich bin tot, Mama Hm Okay, ich lebe wieder Aber an sich ist das... Ganz immer so kackig, ja Hm Was ist denn der Panzer von dem? Ja, ey Wo ist der denn? Da hast du einfach vorhin I don't know, Mama Da kommt der Panzer an die Ecke Das ist nicht so cool Mit welcher Wache spielst du eigentlich? Mit der SS Aua, meine Frisse, ey Boah, ich kriegst hier raus Ich weiß halt nicht, was das für Waffen sind, ne? Das ist natürlich jetzt auch so lieber Halt, das ist das erste, ein SMG Das ist halt, äh Hier sowas wie P90 mäßiges Wie ein P Äh, wegen XS, ne? Das andere Wären dann halt so, äh, AK mäßig So ein Gewehr halt Und halt ein Sniper Ich weiß auch, was ein Sniper ist also Alter, da hat jemand gespast, so Aua, aua, aua What the fuck, einfach Von so... Das ist aber auch so ne Sache, ne? Wenn du die Map nicht kennst Und auf einmal ploppen die Gegner davon ja auch Oh, ja Du kannst nur los Du musst einfach bestens zu sein, ernstig Super Oh, ja Wurde, Bord, braucht der lange zum Nachladen Woah, das Voll die Komplexe Wollte nämlich Messer Aber nichts ist Alter, Tokis Magen ist gerade voller Mannsbräufe, oh da sind zu viele. Ist voll gut, dass du dich Izumi-Toki genannt hast. Wir haben voll die Synergy mit den Namen. Kann der Panzer jetzt um uns mal hier weggehen passen? Ja, da müssen wir irgendwie einen Brauer noch zu stören. Ja, gerade, gerade, gerade ist er perfekt. Ich bin noch besser mit einem halben Vorschlag. Shit, I need more points. Oh, ich bin fest an irgendeiner Ecke. Okay. Ich will uns aber auch mal ganz gut am Wackeln. Ich kann ja sagen. Ich hab nur Fim-Var-Streak. G-Tier. Oh mein Gott, das ist ein Fahrrad. Vielleicht sollte ich mal auf meinen Magazin fangen. Ich hab meinen ganz neuer Zinkopf, weil da hab ich die Leute getötet. Ich häng schon wieder fest, ey. Rapp, das ist der Fim-Tier. Rapp, das ist der Fim-Tier. Naja, 3. Er hat wieder Double-K. Easy. Okay, wir haben aber hinten einen mit dem Granatenwerper, der da ready to load steht. Falls da irgendein Bekanzler ist. Okay, Alter, meine Ahnung. Drohnen-Unterstützer-Untertitel. Alter. 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 Oh mein Gott, ich muss schnell der Nachladen. Das ist mal nicht so gut. Oh, fuck. Ach, komm, fuck. Boah, Alter, dieses Geräusch, wenn Du Unterstützung anforderst. Was ist da los? Alter, ich bin echt gespannt, guck gespannt. Oh, der fängt auch fortunter. So, jetzt müsstet ihr eigentlich eine zweite Runde sehen von dem spannenden Ava-Spiel. Aber Fraps hat sich gedacht, nope. Und genau aus diesem Grund ist die Folge heute etwas kürzer und gab es letzte Woche auch keine Folge, weil das mit der Aufnahme nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Um nochmal zusammenzufassen, was im Endeffekt noch am Ende gesagt wurde, war, also im Endeffekt wir haben noch eine Runde gemacht, in der ich auch ziemlich gut war, glaube ich, ausnahmsweise mal. Wext Camper. Und wir haben halt die Bewertung noch gemacht. Und an sich, das ist das erste Spiel, was wir nicht mit einem Daumen runter bewerten. Ja. Hoffentlich nicht das letzte. Ja, hoffentlich nicht das letzte Game, was so enden wird. Das klang gerade so, als wäre es voll negativ gewesen. Hä? Was hast du gerade gesagt? Nee, das letzte Game, was so enden wird, weißt du. Achso, nein, Alter, bitte nicht. The fuck. Auf jeden Fall. Wumm jetzt. Ja, wir haben auf jeden Fall Peile von dem, was wir sagen. Ja. Wie haben wir das nochmal genannt, die Bewertung, die wir gemacht haben? Daumen schräg, du kannst ja, weil du so richtig genial deutsch kannst, ja? Daumen schräg, okay. Das ist eigentlich auch schade, dass die Entstehungsgeschichte von Daumen schräg jetzt nicht mit drin ist. Ist auch ein bisschen bitter. Ja, gut. Nicht essen. Nicht essen, böse Abtruck geht aus. Ja, das ist eine volle automatische Bewegung. Das heißt, diese Woche kommt AVA, leider ein bisschen kürzer, nächste Woche kommt Aeon, Aeon? Aeon. Aeon. Da freue ich mich, weil jetzt werden sie ziemlich drauf. Bin mal gespannt, was das spielen kann. Voll die hohen Erwartungen, das ist nicht gut. Ja, dann wird die Wurzeln wahrscheinlich schnell gecracken. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, bis nächste Woche und ciao, ciao. Ciao.